Mehan's Papa flehte sie zweimal um Geld an weil er einen Herzinfarkt erlitt und wegen einer Ob nicht zur Hochzeit kommen wird Nun kommen jedoch zusätzlich frühere Zerwürfnisse zwischen Vater und Tochter ans Licht, Mehan soll ihrem Dad zweimal nicht aus der Patsche geholfen haben, als er pleite war und sie um Geld anflehte. Sie weigerte sich einfach Sie sagte nicht warum, sie sagte einfach nein, verriet ein Insider kürzlich gegenüber Radar und Liene Bereits Monate vor der großen Royalen Hochzeit soll der ehemalige Kameramann in finanziellen Schwierigkeiten gesteckt und sein Familienmitglied mehrmals um Unterstützung gebeten haben Verschiedene Quellen berichteten außerdem, dass und ihr Papa sich früher sehr nahe standen, sich aber voneinander entfernten, als sie berühmt wurde Wegen uneingeladener Halbgeschwister oder gesundheitlichen Problemen, die Liebste von Blaublitterprinz Harry, 33, wird voraussichtlich mit wenig familiärer Unterstützung vor den Traualtar treten müssen Nach bisherigen Informationen wird einzig und allein ihre Mama dabei sein, wenn sich die Turteltauben das Ja-Wort geben Copyright Untertitel. BR 2018 Bis zum nächsten Mal.